Musik Froschiges, hallo da draußen und willkommen zu einem weiteren Great Opening auf Rexcraft Warte, nicht Rexcraft, Tomira.net Und, ja, ähm, die aktiven Rexcraft-Spieler haben wahrscheinlich mitbekommen Der Server wurde jetzt wieder verkauft Diesmal an Tomira.net Und, ja, gehen wir mal in den 101-Jackpot Auf jeden Fall wollte ich jetzt mal ein paar Crates öffnen Ich hab ein paar angesammelt Und, ach, er hat gewonnen, egal, GG Und wir öffnen jetzt mal ein paar Vote Und ich glaub, ein Epic war das und zwei Rare Keys Naja, mehr hab ich leider nicht Aber viel Spaß, auf jeden Fall Ich hoffe aber, wir ziehen etwas Gutes Etwas Naja, Bedrock kann man für eine Base gebrauchen Können wir auf jeden Fall gerne mehr in die Kommentare schreiben, was ich mal vielleicht hier bringen soll Würde mich auf jeden Fall freuen Und, ja Wieder Bedrock Gleich jetzt, ah, schade, fast das Ding wäre Aber Ein Rare Key Ein Rare Key Ich find's gut, wirklich, ich find's gut Dafür, dass ich leider noch nicht so viel Geld habe Find ich echt gut Also, was mein ich mit Geld? Kies Geld hab ich ja ganz viel Und jetzt noch So, komm, wir Ah, 3000 Münzen Ja, immerhin Au, 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 au Vielleicht kriegen wir jetzt hier mal etwas Richtig Gutes Na, natürlich kriegen wir wieder was Gewöhnliches Bedrock Und wieder Rare Key Ich beschwärm mich nicht Ich beschwärm mich nicht Ich veröffne jetzt noch drei Und wenn wir hier jetzt nichts, äh, seltenes oder sowas bekommen Dann find ich's halt ein bisschen lächerlich Immerhin was seltenes Bedrock Naja, ist okay Ist okay, ist okay, ist okay Ich will mich jetzt aber auch über so ein legendäres Item hier freuen Ich kann mal, äh, danach nachschauen, was man eigentlich so bekommen kann im Vote Crate Drei Ops, ja, äh, ist echt cool Drei Rare Keys Münzenbomben Itembomben Rare Key Ja, okay Letzter Vote Key Und Ja Okay Was kriegen wir jetzt? Natürlich wieder No, scheiße Bedrock Dann jetzt den einen Epic Key Den verschwärmen wir jetzt Mal schauen, was kann ich hier gewinnen Rang Upgrade tatsächlich Okay, das wusste ich jetzt nicht Dafür brauchen wir das Legendäre hier Da muss er jetzt gleich stoppen Stehen bleiben Ja, es ist falsch, Legendäre Na gut, hab ich gesagt Ein schärfer Fünfschwert Okay Ich kann mich nicht beschweren Wir haben vier Rare Crates Jetzt, ähm Werden wir auf jeden Fall Alle Verballern Und ja Übrigens, danke an alle Leute, die mir Geld gegeben haben Oh, noch ein Epic Key, den öffnen wir direkt Äh, ich finde das so krass, ne Ey Luke, also gestern Ey Luke, willst du Geld? So, ja, wenn du möchtest Ich zwinge dich nicht Äh, hat mir wer gegeben Grüße auf jeden Fall an die Ich hab den Namen leider vergessen Tut mir leid Und Samuel Lewis hat mir ganz viel Geld gegeben Wolfram C Danke auf jeden Fall An alle Leute Ja Korrekt Wow, Bedrock Okay Vielleicht kannst du jetzt hier stehen bleiben Ja Bitte Okay, drei Münzbomben Ich Wer will eine Milliarde, der Exe Boah Ja, der ist zwei Milliarden Okay, okay Dann gambeln wir mal Hinterher noch 100 Millionen Okay Dabei öffnen wir den Crate Kriegen wir dabei was Gutes Ja Epischen Gewinn Ist okay Ist okay Noch ein schärfer Fünfschwert Und ich hab 200 Millionen gewonnen GG auf jeden Fall Okay, tut mir leid, dass es jetzt kurz einen Cut gab Telefon War am Klingeln Und Auf jeden Fall verlose ich jetzt hier 100 Millionen Münzen Ihr müsst euren Ingame-Name in die Kommentare schreiben Abonnet sein Das Video liken Und schreibt da noch dazu Warum ihr gewinnen wollt Und Ja, dann würde ich sagen Das war's Lasst gerne ein Like da Und Ciao Und ciao Ja, dann geht es um Ja, dann geht es um Have you ever heard of Deine